Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 2.11.2018 um 6.09 Uhr. Ich bin seit gut einer Dreiviertelstunde wach und habe diese Nacht unter 6 Stunden geschlafen, 5 Stunden 57 oder so. Was daran lag, dass zum einen die Nachbarn relativ laut waren und zum anderen hat Stefan gestern noch einen Film geguckt. Schon um halb 1 bin ich wach geworden, weil es irgendwie laute Geräusche aus dem Wohnzimmer gab, die vom Film her rührten. Und dann bin ich immer wieder eingeschlafen und dann wieder wach geworden und war heute ein bisschen zerpflückt die Nacht. Naja, was soll's. Ich bin einigermaßen wach, werde jetzt ins Büro gehen, dort bis 14, 30, 15 Uhr anwesend sein und dann am Nachmittag noch kurz zur Post. Da liegen zwei Pakete bei einem Vodafone-Shop in der Bülow-Straße. Mein Haar muss ich noch richten auf jeden Fall, bevor ich dann das Haus verlasse. Und dann werde ich heute irgendwann heute Abend streamen. Ich kann mal kurz schauen. Ich habe eigentlich 16 Uhr gesagt gehabt, aber ich denke mal, ich werde auf 18 Uhr ausweichen. Denn ich glaube, nach der Arbeit wäre es ganz sinnvoll, einfach mal sich noch für 1-2 Stunden hinzulegen. Und die Müdigkeit, die ich jetzt verspüre, die ich auch durch den ganzen Tag mit mir rumtragen werde, vielleicht ein bisschen loszuwerden, bevor wir dann heute Abend weiter mit Vampire machen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dann noch dran sitzen werde. Wir sind, glaube ich, momentan bei 33 Stunden Spielzeit. Wir befinden uns mittlerweile in Kapitel 4. Dann gibt es noch 5 und 6 und 7 ist, glaube ich, nur noch der Epilog, der ja nicht mehr so lang dauern sollte. Ja, ansonsten Fallout 76 hat gestern ganz gut funktioniert. Wir sind sogar ein bisschen früher reingekommen als 19 Uhr. Ich habe irgendwann um 18 Uhr 45 oder so habe ich das Spiel angemacht und meint so, oh, es geht. Und alle so, ja, ja, klar, laber mal. Und dann ging es aber wirklich. Und dann haben wir unsere Charaktere gebaut, sind durch den Fallout 76 Starter-Bunker gelaufen und haben dann, ja, ein bisschen die Welt erkundet. Und gemeinsam und jeder so ein bisschen auch für sich sind wir durch die Gegend gelaufen, haben ein paar Quests gemacht. War alles sehr viel auf einmal. Sehr überwältigend. Alle stellten Fragen in alle Richtungen. Keiner wusste so richtig die Antworten auf die Fragen. Aber wie gesagt, hat trotzdem Spaß gemacht. Mit dabei waren der Sperro, der Benni, der Buff und Dicke. Und wir waren ein Viererteam. Und das ist, glaube ich, auch das Maximum von Gruppen auf einem Server, die man sein kann. Aber an sich ging das, glaube ich, ganz gut. Und es rannten hier und da immer auch andere Spieler noch mit rum. Hatte so ein bisschen einen MMORPG-Charakter. Fühlte sich für mich bisher ganz gut an, aber nicht ganz so smooth wie Fallout 4 zum Beispiel. Also ich vergleiche das gerne so, dass Fallout 76 sich ähnlich verhält oder anfühlt zu Fallout 4 wie Elder Scrolls Online zu Skyrim. Also Skyrim sieht einfach mal noch ein bisschen runder und kompakter aus oder ein bisschen schöner aus als Elder Scrolls Online. Es ist aber trotzdem in derselben Welt und schon sehr nah beieinander. Wie sich das jetzt die nächsten Tage entwickelt? Schauen wir mal. Mitte November soll das Spiel rauskommen am 14. Das heißt in zwölf Tagen. Es gibt jetzt am Samstag nochmal eine Beta und ich glaube am Sonntag auch. Am Samstagabend, irgendwie ab 22 Uhr, werde ich mich da auch nochmal mit reinstürzen und mir das angucken. Vielleicht streame ich selber oder Benni streamt. Mal gucken, ich weiß es noch nicht, wie wir das drehen und wenden. Aber ich glaube, Benni kann auch nicht so lange, weil er am Sonntag arbeiten muss. Irgendwie so war da was. Ja, gut. Das ist es erstmal von mir. Wir sehen uns dann heute gegen 18 Uhr bei Vampire. Dr. Zahn geht auf eine weitere Stippvisite, nee, auf einen weiteren Hausbesuch. Und dann gucken wir mal, was uns da heute bei dem Spiel noch so erwartet. Morgen werde ich auch spielen und streamen. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich habe morgen einen Discord, Skype, Steam, wollte ich schon sagen, Facebook oder auch Teamspeak-Quatsch-Termin. Da geht es um unsere DSA-Runde, aber das wird nicht so lange dauern und ist auch erst am späten Nachmittag. Und am Sonntag treffe ich mich mit Jermaine. Da werden wir irgendwie offline sozusagen was unternehmen. Mal gucken, was. Ich weiß es noch nicht. Wir haben auch noch keine Uhrzeit festgemacht. Aber so zu den nächsten zwei, drei Tagen. So viel zu den nächsten zwei, drei Tagen. Gut. Dann werde ich jetzt mich immer auf den Weg machen. Wir haben es jetzt 6.14 Uhr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Besser früh als spät. Und wir sehen uns dann heute Abend bei Dr. Zahn im Krankenhaus oder so. Also bis dann. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.